Ich hoffe hier gibt's Loot. Was? Was? I want my feet back. Eine Lampe? Was für Feet alter. Meint der Happy Feet oder was? Soll ich jetzt Pinguine jagen gehen hier in der oberen station ich weiß nicht ich weiß richtig was ich I want my feet back. I wonder what that can mean. Ja wundere ich mich auch grad Simon. Ich glaub der will seine Füße zurück. Was auch immer das bedeuten soll Junge liegt hier echt nirgendwo was rum alter. Meine Güte. I want my feet back. Ist echt komisch. Up. Down. Up. Down. Up. Down. Up. Down. Sorry. Trains to Norcastle. Was auch immer. Wo wie soll ich die Füße jetzt holen alter ich hab keine Ahnung man. Da kommen die Füße hin. Hier bin ich hergekommen alles ist zu. Wie soll ich das machen alter. Junge ich hab keinen Plan. Ey dieses Spiel fickt mein Kopf von vorne bis hinten man. Ohne Witz. Guck dir mal die Wandern. Versuch was wird. Looks like this wall can be broken. Ja. Looks like nicht. Ja ok. Ja aber wie broken alter. Vielleicht muss ich ja irgendwas finden um sie zu brechen oder so. Aber wo soll ich suchen. Was muss ich finden. Vielleicht mit meinem Nightstick den ich liegen gelassen hab. Oh Junge alter das fickt so Kopf. Ohne Witz. Ich frage mich echt. Was ich jetzt machen muss. Also need to be broken. Sieht doch so aus und alles. Oh nice. Ist ja klar dass sowas am Bahnhof herumliegt. Da gehts nicht hin. Da war es nicht. Da war ich gerade. Da hab ich geguckt. Hier drin ist auch nichts. Außer den Koffer der seine Füße zurück will. Alter ich hab keine Ahnung. Hier gehts rein. Hier gehts einfach durch. Was ist das hier. Hä. Hey Simon. Ich glaube das ist dein Platz. Ah. Ah. Ha. Homo. Aha. Aha. Sledgehammer. Ok. Ich glaube wir haben unsere Antwort. Nice. So machen wir mal den Lichtdrehen an. Strange. Der door can't be opened now. Oh. Oh. Was für. Ja ok. Ich wills gar nicht wissen. Oh du kleiner F***er. Woher. 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 Wie. Woher. 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 Und. Nö. also sie man hier vielleicht aber nicht definitiv nicht so kleine ruhe ich bin in der blüte meines lebens alter nach dem spiel gehe ich in rente safe und dann werde ich diese hotline anrufen und dann bin ich definitiv depression ich kleine wichser alter verrückt alter lauf hier gar nicht erst hin man ich habe noch zwei kugeln so weil ich hätte sowieso verbraucht train friday mai friday night feber jeder ist irgendwo alter ich sitze hier und machen mich ziemlich kaputt mit diesem game alter ohne witz snacker automat simon hier weiß wie man mit dem hammer umgeht wer hätte sich das gedacht dann wollen wir weiter ich will das nicht alter was irgendein buch mein rollstuhl fahrer aber hätte ja was sie sollte vor allem wer ist das was geht ja weiter junge ich habe keinen plan guck mal wie der zuckt alter was mit dem was macht der alter was fehlt was ist das spiel so komisch und so krank alter also mal findet das spiel in schweden statt und mal in duisburg alter wahnwitz sorry es tut mir leid ich habe das echt nicht so gemein junge was zu machen die hä töger wird sich anhören auch alter lass ab und sein simon simone ich dachte der geht ja etwas der geht ja wirklich hoch aber es bringt sie nix warte ich will den noch mal sehen was ist das was ist das ist so komisch alles hier alter also wie gesagt ich blick überhaupt nicht was hier passiert überhaupt nicht null alter gar nicht schafft unser simon ist darüber unser kleiner junkie ich meine leucht zwei meter und hat kein keine hatte mehr ich versuche es aber was sieben und bist du zum athleten geworden ich weiß nicht ob du sie spritzen tot oder ritzen mann aber der ist echt hässlich der typ ich glaube der ritzt sich junge immer kalle macht doch sowas nicht alter das ist echt nicht gut mann das ist echt was samstagabend so und 23 uhr circa die zeit wenn du so am bahnu stehst hörst du solche solche geräusche alter oder witz oh mein gott alter wie hässlich alter wie hässlich die sind ohne witz der ritzt sich den fuß der ritzt sich den arm der ritzt sich sein oder 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 also alter was ist halt zum maul das ist das jemand junge simon alter also gott sei dank bin ich ich und ich du ich geh immer stark davon aus dass ich richtig bin aber die gewinni herum schreien alter hier ich hoffe alter junge muss ich hin das ist einfach nur krank das ist einfach nur krank junge wo muss ich hin ok hier geht es nirgendwo hin oh mein gott bravo simon bravo simon bravo simon du bist der beste ohne witz ohne witz punkt 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 weiss selber nicht wo du bist glaub ich alter was ist das hier man das ist doch nicht normal alter wo muss ich hin spring simon du dummes kind alter oh mein gott du dummes kind alter oh mein gott ich brauche erstmal nen keks also ich muss sagen mit dem spiel sound gerade und ich gerade am keks essen ich könnte eigentlich auf twitch so ein smr channel starten eigentlich dann guckt ihr diesen typen hier zu hört denen zu hört mir zu und safe und bin 72 stunden seid ihr auch so wie die oder wie ich was ich euch beim besten willen nicht gönne ne ich mach mal weiter lauf simon ich habe echt keinen plan wo ich hin muss ich will gar nicht wissen wie oft ich das gesagt habe seit ich dieses spiele spiele alter opfer opfer nein 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 ja sehr gut warte ich was soll ich hier naja da oh mein gott oh diggy ich war kurz ohne meinen orientierungssinn was ein mother fucker alter 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 simon simon ich wäre gerade echt nicht an deiner stelle ohne witz ohne witz lauf einfach weiter lauf einfach weiter nicht so ein honk zu sein und das einfach mal normal vorzulesen was auch immer das hier ist my life wissen weiß ich nicht das fateful night the child lay upon the road broken why did you have to walk that way so late young man why did you have to be foolish disillusioned and ding embittered by his parents words the child was broken physically broken physically mentally the man in white placed him in the rolling chest how he laughed oh how he laughed and so he lived what remained of his life one day fate smiled upon the child and so he came upon the implant implement implement of his destruction decisions 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 the outcome was not certain pro captoclitoris haben sua fatali beli my life life so and my song i can't read dude ha ha es tut mir sooo leid du bist so der trostpreis und immer wenn der mond scheint denke ich da ist noch luft nach oben für simon aber nicht mehr der ist bei dem schlimmer wirds nicht alter so buch rollstuhl toyota save und meine glock ich will meine glock und ich was alter was das jetzt mal bitte bitte ein einkommen lass mich einfach hier raus ich kann diese musik nicht mehr ohne witz bitte man simon alter geht oh mein gott was ist das was ist hier los warum kann ich nicht raus geht doch einfach hinaus geh einfach hinaus geh einfach hinaus simon 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 hör mir zu du musst einfach nur rausgehen du musst einfach nur durch diese tür gehen noch irgendeine vier tür nimm dir eine geh raus man verpiss dich ich hab keinen bock mehr man ich will dass diese musik aufhören Alter, Junge, nicht dass das hier jetzt so ein Rätsel ist, Alter, mit dieser Notiz. Ey, ich kann kein Englisch, Alter, wie soll ich? Upon the road broken, okay, road broken, bla 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 bla. Road broken, ich gehe mal davon aus, es geht um Simon, nachts, alleine. Autounfall, Auto, ich gehe mal Auto, Rollstuhl, Proclitoris, was weiß ich, Alter. Oh mein Gott, 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 was, was muss ich tun? Was muss ich tun? Was muss ich tun? das ist so schlimm das ist so schlimm wir gleich nervenzusammenbruch ich krieg gleich nervenzusammenbruch wortwörtlich halt ich mach nicht mal spaß ich kann diese musik nicht mehr hören ich kann das alles nicht mehr hören ich ertrag das nicht man simon geh doch einfach hinaus alter junge was muss ich tun hat hat mal b bring bov der redet immer noch über seine sicherung der hohen sohn alter dich machst du dir gar keine gedanken oh mein gott ich brauche gleich ein wodka alter ohne witz wenn das so weitergeht oh mein gott oh mein gott oh mein gott oh mein gott simon alter ich denke was muss ich denn tun alter ich habe ich habe keinen plan was ich machen muss was ich bin mir zu 100 prozent sicher dass ich einfach durch die richtige reihenfolge durch diese türen laufen muss aber ich weiß nicht wie ich denke mal so was doch immer gerade passiert ist halt ich bin nur froh dass ich da raus bin